Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2, die Story. Ja, letztes Mal nicht mit sehr viel Story. Wir haben hauptsächlich die Fluchküste ein wenig erkundet, uns eine Menge Heldenpunkte geholt und unsere Heroldenausbildung ein wenig weitergeführt. Jetzt in der Folge werde ich wieder so schnell wie möglich an die Geschichte rangehen. Das heißt, ich gucke hier nicht länger auf die Karte. Nein, wir gehen zur Instanz und wollen herausfinden, was es mit dieser Karte auf sich hat, die uns zur Quelle Ors führen soll. Da bin ich ja schon sehr gespannt, ob das wirklich so einfach ist, ob das wirklich so einfach klappt, wie wir das Spiel kennen. Ist es das meistens nicht, da werden uns doch schon einige Steine in den Weg gestellt. Ja, Erdelementare, auch sowas, das uns gerne mal in den Weg gestellt wird. In diesem Fall konnten sie wenig gegen unser Vorbeigeleiten ausrichten. Mitrylerz möchte ich haben. Möchte ich doch ganz gerne mitnehmen, wenn ich schon hier bin. So, wie kommen wir jetzt zu der Instanz hin? Oh, ein ergiebiges Mitrylerz. Na gut, so ergiebige auch wieder nicht. Hinter mir ist noch eine Pflanze. Auch die möchte ich gerne mitnehmen. Was ist es denn? Was bist du denn? Krokus, schwarzer Krokus, auch gut. Nehme ich natürlich gerne mit. So, jetzt aber. Jetzt aber hin zur Instanz und ja, nicht gegen die Balken laufen. Das würde schon mal helfen. Das dürfte hier, glaube ich, durchgehen. Hier gibt es, glaube ich, einen Durchgang. Das ist ja auch die Gegend hier, wo wir, glaube ich, rausgekommen sind. Als wir diesen Spiegel betreten haben. Ah, ihr erinnert euch vielleicht noch. Oh, da haben wir Tecwen gerettet. Ja, das letzte Mal konnten wir Tecwen nicht mehr retten. Da ist sie verbrannt. In Char-Feuer. Oh, das ist so übel. Nein, in Askalonischem Feuer, nicht in Char-Feuer. Die Char haben mit ihrem Panzer nur das Askalonische Feuer abgeschossen. Ja, und sie, die das Gebiet markiert hat, das sie treffen sollten, ist dabei leider auch draufgegangen. Ach je, ach je. So, und bevor uns dieser Untote hier noch entdeckt, betreten wir die Instanz. Romkes letzte Reise. Oh. Ah ja, genau. Romke hieß ja dieser... War es ein Pirat? Ich weiß gar nicht mehr genau. Oh, hier haben wir auf alle Fälle schon die entsprechende Gesellschaft. Kapitän Romke, so der gute Herr. Ein Nor... Norrn? Es müsste ein Norrn sein, ja. Der Grüße nach ist das auf alle Fälle so. Sprechen wir mal mit ihm. Du ebenso. Mr. Geist. Ja, ja, es war Romke. Es ist nicht der es mit Humor. Seid gegrüßt, Romke. Ich komme wegen eurer legendären Karte. Aha. Meine Verbündeten und ich suchen die Quelle von Orr, die verfluchte Landschaft zu reinigen. Gewaltige Ausdauer, muss man ja schon sagen. Aber es bleibt ihm noch anderes übrig. Ach so, verstehe. Die Karte, die ihr sucht, ist etwas Heiliges. Und von allen vier Geistern der Wildnis gesegnet. Sehr schön, klingt doch gut. Oh, das ist natürlich noch eine weitere Motivation. Na schön, na schön. Werden wir das tun? Die Geister sind offenbar nur so gewillt, uns zu helfen. Sind da sehr begeistert von. Und wir sollen jetzt zu dieser Küste gehen. Oh, das geht gleich weiter hier. Okay, okay. Jetzt hören wir ihn auch noch mit ihm sprechen. Klingt doch gut. Das ist sehr schön. Ah, jetzt kriege ich mein weiteres Ziel. Oh, halt, halt, halt. Da muss ich schon hier durch. Ich war gerade ein wenig orientierungslos. Aber das scheint hier schon der richtige Weg zu sein. Es stellen sich uns auch weitere Untote in den Weg. Wie könnte es auch anders sein? Ja, wir sind hier ja nicht umsonst in Ohr. Oh, und sie sind genauso unangenehm wie schon zuvor. Wieso sollte sich das auch ändern? Ja, hallo. Würdet ihr auch mal auf mich in Rücksicht nehmen? Ich gehe hier ständig auf andere Leute los. Ich glaube es ja nicht. Werden sie mir auch noch untreu? Ah, ja. Auf nichts kann man sich bei diesen Untoten mehr verlassen. Äh, ja. Das war jetzt ungünstig. Ja, schön. Ich auf ihn zugesprungen, er auf mich. Das Resultat, wir sind beide wieder genau gleich weit. Äh, hallo? Wollt ihr jetzt nicht mehr helfen? Äh, es ist doch immer dasselbe. Erst können sie nicht genug vom Kampf kriegen. Und dann machen sie wieder so, als wäre hier überhaupt nichts los. Ah, plötzlich geht es wieder. Ja, es ist wieder dasselbe Prinzip. Sie greifen erst in den Kampf ein, wenn sie selber angegriffen werden. Und solange ich Schaden kriege, kann ihnen das Schnuppe sein. So. Das nehme ich ja, das nenne ich ja mal Rücksicht. Echt, ey. So. Aber es läuft hier eigentlich ganz gut. Die Untoten sind relativ leicht zu bezwingen. Wir haben NPC-Hilfe. Die zwar immer ein bisschen mit Kicken und so nervt. Aber schön. Wir wollen das mal nicht weiter deklarieren. So. Auf die nächsten Untoten zugeschritten. Gehüpft. Das sind schon eine ganze Menge, die sich hier angesammelt haben. In diesen Korallengängen. Ja, schön. Ja, schön. Und auch alleine können wir sie eigentlich relativ gut bezwingen. Ja. Alleine, Leute. Wieso lasst ihr mich alleine? Was habe ich euch getan? Und oh. Wo kommt ihr denn jetzt her? Überall wieder. Und Tote, die einfach so aus dem Nichts auftauchen. Meine Klinge ist der Tod. Ja, dann lasst sie das mal sein. Bester Traherne. So. Da hat sich einer durch unsere Reihen hindurch gemobelt. Und will uns von hinten attackieren. Lassen wir natürlich nicht zu. Ah, Mann. Ich bräuchte in der Situation hier auch irgendwie ein wenig mehr Stabilität. Damit meine Nerven etwas geschont werden. Aber gut. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Irgendwie wird es schon klappen. Könnte die Karte nicht irgendwo versteckt sein, wo es weniger Ohrfeinde gibt? Wäre das nicht möglich? Wohl nicht. Wohl nicht. Es warten da vorne nämlich noch viele mehr an Untoten. Das wird keineswegs weniger. Und ich liege schon wieder am Boden. Was habt ihr denn gegen mich, dass ihr mich ständig wegstößt? Und mir das Leben schwer macht. Ah, schön. Gut. Untoter und Untoter fällt unter unserem Schwert und unserer Axt. Soweit passt das also schon mal. Die Geiste sind für ihre doch eher weniger durchgreifende Konstitution schon sehr effektiv im Kampf. Fallen hier allerdings auch. Ein toter Geist. Guter Witz. Ja, schön. Wir belieben ihn auf alle Fälle wieder. Müsste er jetzt nicht wieder einen Körper haben. Nein, offenbar nicht. Offenbar ist das keine Voraussetzung, um ein Geist zu sein. Schön. Ich labere schon wieder Mist. Es tut mir leid. Ich bin hier während des Campes immer ein bisschen abgelenkt. Und genervt. Genervt von diesen Untoten. Mit ihren CC-Effekten. Oh, diese Hände hier sind auch kein Deut besser. Ach, die werfen mich die ganze Zeit um. Das ist eine Fertigkeit von denen. Verstehe. Ich verstehe diesen Geist so schlecht. Mit dieser verzerrten Stimme höre ich ihn kaum. So richtig. Oh, aber scheinbar haben sie uns jetzt verlassen. Nö, da kommen sie wieder. Sie mussten nur ein wenig zurücksetzen, um uns wieder zu folgen, wie es scheint. Gut, geht es also weiter. Jetzt scheint es hier doch nahe vorliegen. Hier sind schon die nächsten Untoten. Ich verstehe ich kaum was von dem, was die sagen. Jetzt zumindest hier sollen die Dialogen. Das liegt allerdings jetzt echt nicht so unbedingt an der Lautstärke, sondern halt einfach daran, dass die Stimme so furchtbar verzerrt sind. Die Stimmen. Ja, da ist es schwer, das zu verstehen. Oh, diese Hände. Diese Hände. Und ist das euer Ernst? Ihr greift hier nicht ein, obwohl die ganzen Felder hier unter euren Füßen liegen. Ja, schon gut. Draufgehüpft und geguckt, dass wir hier ein paar von diesen Raupen besiegen. Ah, schön. Jetzt greifen die NPCs wieder in den Kampf ein. Das ist auf höchste Zeit. Ich habe hier schon ein paar kleine Problemchen mit dem Leben. Ja gut, okay, ich kann mich immer noch heilen. Das müsste alles schon funktionieren. Ich muss sagen, so in Massen sind diese Untiere, diese Spinnen und Raupen auch ganz schön unangenehm. So. Vor allem, wenn die mitgeschickte Verstärkung nicht mithilft. So. Jetzt kommt es wieder an Humanoide und Tote ran. Wir sind ja doch etwas berechenbarer. So, weiter geht's. Reingehüpft. Hey, was soll das denn? Nicht betäuben hier. Das mag ich nicht. Das ist so übel, so gemein, wenn die alle einfach nur dastehen und nichts tun. Das gibt einem so ein richtiges Gefühl von, äh, von, äh. Ja. Wir kacken drauf, wie es dir geht. Um es mal so übel auszudrücken. So. Aber wir sind schon fast an unserem Ziel angelangt. Äh, kriegen hier allerdings noch irgendwas vorgesetzt. Ein auferstandener Ritter. Na toll. Immerhin keine auferstandene, ähm, Abscheulichkeit. Aber ich will noch nicht dazu voreilig sein. Am Ende kriegen wir dann wieder so ein Ding präsentiert. Ich wette. Das blockt gerade. Da bringt es nichts drauf zu hauen. Denken sich die NPCs aus. Das ist alles keine Absicht. Das ist nur Taktik. Genau, ja, so wird das wohl sein. So, schön. Aber, ja, es geht auch alleine. Wir kriegen das schon auch alleine hin. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt habe ich ihn schon besiegt. Jetzt wirst du ihn nicht mehr weiter drauf hauen. Deine Samtwerker. Die Karte wird verloren. Und jetzt sind wir dazu verdammt, hier umzugehen. Wenn wir die Karte des Wolters zurückbringen, werden wir die geisterne Wildnis meiner törichten Stolz in Lächter gehen. Schön. Gut für dich. Denke ich mal. Aber, ähm, ich bin jetzt hier am Ziel, oder? Warum geht das denn hier nicht weiter? Müssen wir hier mit den Paktsoldaten sprechen? Oh, das sind keine Paktsoldaten. Das sind, äh, Zölten oder Piraten oder was auch immer. Wir bleiben, bis der Weg zur Quelle von Aar frei ist. Meine Klinge ist der Tor. Wenn die andere aufhören, nutzt den Moment. Geht ins Wasser und rollt euch die Karte. Okay. Oh, klasse. Wieder so ein Schiff, das mit Schiff Fischen wirft. Oh, nein. Ähm, wer hat die Aufersteuerung ab, bis Luftunterstützung eintrifft. Okay. Tun wir das. Ähm, bisher ist da ja noch nicht so viel, was, äh, da kommen sie auch schon. Da kommt die Besatzung des Schiffes und will uns, äh, hier an Land angreifen. Na schön, na schön. Versucht ihr das mal? Äh, ja. Und Torhörn steht nur wieder nutzlos rum. Ah, jetzt hat das im Schwepp gegriffen. Jetzt, wo die ganzen NPCs wieder weg sind. Ach, hier sind noch mehr. Okay, okay. Ich hab nix gesagt. Scheinbar entwirfen wir uns hier jetzt doch wieder einiges entgegen, um zu verhindern, dass wir die Karte finden. Schnell raus aus dem Schadensbereich. Ich möchte ungern einen Fisch an den Kopf bekommen. Komm schon. Stirb. Ah, da kommt bereits ein nixter Gegner. Ein nixter Untoter. Ach, der muss unserem Schwert, äh, weichen. So. Hallo. Warum funktioniert meine... Aha. Na schön. Kann weitergehen, kann weitergehen. Tasten funktionieren wieder. Wir werden hier auch immer weiter bombardiert von dem Schiff. Fisch um Fisch, äh, wird hier entgegengeschleudert. Ich frag mich, wo die die ganzen Fische lagern. Die sind ja jetzt nicht wirklich gerade klein. Hey, warum hat es mich getroffen? Ich stand außerhalb des Feldes. Voll gemein. Na gut, ein bisschen Gift ist jetzt nicht so tragisch. Wo kommt der denn, der nächste Angriff? Ich denke mal, es ist der da hinten. Aber warum sollten wir hingehen, wenn die da so friedlich rumstehen und uns nix tun? Oder müssen wir die erledigen? Und damit es weitergeht. Ja gut, er hat uns jetzt hier entdeckt. Greifen wir ihn also an. So, da ist noch eine Spektralwaffe auf uns aufmerksam geworden. Aber so haben wir wenigstens was zu tun, bis der nächste Angriff dann wirklich auf uns stattfindet. Weil ich seh jetzt echt nicht ein, warum ich die Untoten da oben alle wegmetzeln soll. Ich meine, langweilig ist mir hier eigentlich gerade. Okay, jetzt haben wir hier doch schon wieder ein paar Untote herangezogen. In Ordnung. Heißt es also, wieder ein bisschen mehr gekämpft? Oh nein, ein Fisch hat mich erwischt. Sowas unschönes aber auch. Und oh, 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 wie kommt das jetzt? Da wurde ich doch schon um einiges mehr verwundet. Na, ich werde hier aber auch andauernd von diesen Fischen bombardiert. Ich müsste mal ein bisschen aus dem Kampf kommen und Leben regenerieren. Das wäre schon sehr schön. Ja, für kurze Zeit hätte es geklappt. Aber jetzt muss es gleich wieder weitergehen mit Kämpfen. Na schön, na schön. Scheint hier alles einigermaßen im Griff zu sein. Die NPCs helfen hier wieder tapfer mit. Und hauen ein paar Mobs weg. Ich kann mich wieder heilen. Ja, ja, das passt schon soweit. Oh, da ist schon der nächste Angriff. Das dauert hier aber auch wieder ganz schön lange, bis die Pakt-Unterstützung angelangt. Die sind da meistens nicht so ganz fix. Aber na schön, wir haben es auch erst gerade angefordert. Also kein Wunder, dass das hier ein wenig dauert. Oh, die Geister sterben auch langsam weg. Das ist natürlich auch ungünstig. Zumal wir nicht dazu kommen, sie wieder zu beleben. Denn das Problem ist halt einfach, ich habe hier praktisch ständig Zustände drauf. Ich werde hier ständig bombardiert. Und es kommen immer weitere Gegner. Sprich, da bleibt nicht viel Zeit, um wieder zu beleben. Wir gucken lieber, dass wir hier uns eigentlich nicht heilen können. Da komme ich jetzt vielleicht ran. Nein, die feuern immer darauf. Sprich, das sind immer Giftfelder. Wir bleiben lieber mit Traherne hier in der Nähe. Die Geister können wir auch später wieder beleben. Da kommt wieder ein Untoter direkt auf uns zu. Wild, dass wir ihm zeigen, wo der Hammer hängt. Oh, und sieh an, da sind die Geister wieder beliebt. Na gut, es sind ja auch Geister, denn theoretisch können die ja gar nicht sterben. Also, ja. Warum sollten sie das denn? Ah, sehr schön. Scheinbar haben wir es geschafft. Scheinbar naht jetzt Pakt Luftunterstützung. Was geschieht denn? Ah, sehr schön. Ein Luftschiff, ein Luftschiff greift gerade das Pakt, äh, das, ähm, das Untotenboot an. Ja, das Pakt Luftschiff greift das Untotenboot an und zerstört es auch sogleich. Ja, wir haben hier allerdings noch Feinde, die zu bezwingen sind. Säubert den Strand. Jawohl, genau. Wir müssen diese Untoten hier noch bezwingen, damit das Luftschiff, äh, andocken kann. Ja, da sind noch so einige übrig. In Ordnung. Aber gut, das werden wir schon hinkriegen. Die paar Untote, mehr oder weniger, werden jetzt keinen entscheidenden Fingerzeichen. Zeit mehr daran setzen, dass wir hier den Strand eingenommen haben. Oh, 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 ja, und da, und da. Habe ich auch schon beinahe kein Leben mehr. Pünktlich zu meiner sehr angebrischen Ansage. So, geschafft. Beschafft euch Romkes Karte. Klar, äh, tue ich gerne. Wir brauchen die Karte ja so oder so. Die scheint irgendwo da hinten zu sein. Mitten im Wasser. Haben sie es offenbar versteckt. Ja, das Pakt Schiff wacht über uns. So hat man doch gleich viel mehr Mut, hier ins Wasser zu steigen. Chohan begleitet uns auch weiterhin ganz treu. Und, oh, das sind Haie im Wasser. Äh, die möchte ich doch ganz gerne umgehen. Aber ich denke, ganz so einfach wird das wohl nicht. Ein paar Gegner werden wir wohl erledigen müssen. Zum Beispiel diesen, äh, Veteranen da. Der steht nämlich mitten im Weg. Der muss also dran glauben. Besiegt die Auferstandenen. Ach so, das sind die Piraten. Das sind die Leiber der Piraten hier. Die wiederauferstanden sind. Ja, klar. Wieso sollten die davon verschont bleiben? Von Seitans Fluch. Aber es ist jetzt hier nur einer. Nur Romke. Die anderen scheinen, äh, scheine ich jetzt umschwommen zu haben. Oder, äh, na gut. In Ordnung. Ist ja nicht so schlimm. Vielleicht müssen wir sie dann später noch besiegen. Ich glaube, es ist nämlich ein Missionsziel. Rompke und seiner Truppe. Genau, da werde ich dann wohl noch andere erledigen müssen. Aber erstmal die Romke selber. Ah ja, ich sehe es schon. Da hinten ist ein weiterer der, ähm, Besatzung. Die wir noch bezwingen müssen. Na schön, dann werde ich das wohl dann noch gleich tun. Ah, komm mal her. Dieses Mal ist es nur ein normaler Mob. Dürfte also um einiges einfacher sein. Wo fliegt denn die Kugel hin? Na klasse. Voll daneben. Voll daneben gehauen. Ah, und da hinten sind auch alles. Das sind keine Haie. Das sind nur, ähm, weitere Besatzungsmitglieder des Schiffes. Na schön, na schön. Werden wir auch hinkriegen. Dürfte auch kein Problem sein. Sind auch beides wohl nur normale Gegner. Sprich, keine wirkliche Bedrohung. So, noch den letzten oder die letzte. Ich glaube, es ist eine Sie. Na, ausgewichen. Was erlaubst du dir denn? Ihr werdet nicht ausgewichen. Ihr werdet nur gestorben. Ich muss deinen Geist freilassen. Dazu muss ich wohl den Körper besiegen. So, haben wir das schon erledigt. Äh, die Besatzung ist, äh, jetzt richtig tot. Und wir können den Schatz an uns nehmen. Nämlich die langersehnte Karte. Ja, wunderbar. Sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Noch einen kurzen Dialog. Aber sie sieht aus wie eine normale nautische Karte des Gebiets. Wie zu erwarten. Meine Forschungen deuten an, dass die wahre Karte ruht. Bis ein Reisender sie aufschlägt und sein Ziel laut ausspricht. Aha, okay. Die Karte zeigt dann den Zielort. Alles in seiner Umgebung und alles, was zwischen dem Reisenden und seinem Ziel liegt. Ist ja praktisch. Wir sollten nicht länger hierbleiben. Kehren wir ans Ufer zu Romke zurück. Falls er da ist, kann er uns die Echtheit der Karte bestätigen. Na schön, tun wir das eben noch. Müssen uns allerdings ein klein wenig beeilen. Ja, das ist hier wieder eine längere Instanz. Wird wohl mein Zeitlimit wieder sprengen, aber was soll's. Ist ja auch nicht schlimm. Oh, da sind auferstandene Piraten. Auf die muss ich jetzt nicht unbedingt treffen. Ich möchte wirklich nur noch mit Romke sprechen. Dann kann er auch gleich sehen, dass er jetzt frei ist. Wenn es die richtige Karte ist. Ja, stimmt, das war ja noch. Aber gut, aber gut. Ich denke, das wird sich dann hier um das Letzte handeln, was wir in dieser Instanz tun müssen. Und dort sind alle glücklich. Wir haben die Karte, die Piraten hier ihre Freiheit. Und die Seeleute zumindest. Genau. So ist das wohl. In Ordnung. Schön. Ach so, das sind die Tiergeister. Verdammt, jetzt habe ich den Dialog nochmal aufgerufen. Aber da scheint man uns den Weg zur Quelle schon zu zeigen. Eine kleine Kamerafahrt. Verdeutlicht uns den Weg. Wie Trahorn erklärt hatte. Zeigt uns das Ziel und alles, was dazwischen liegt. Ah, okay. Scheint in der Nähe von Melandrus Tempel zu sein. Da geht es das Wasser lang. Oh, ein Paktkopter ist da auch. Ach so, hier unten durch, unter Melandrus Tempel. Und jetzt tauchen wir unter. Und da ist da was. Ist unter Wasser was? Tatsache. Eine verborgene Höhle liegt da unter Wasser. Respektive, man muss untertauchen, um hinzugelangen. Na gut. Das ist natürlich sehr verborgen. Sehr schön. Vermutlich. Denke ich doch auch. Wir sammeln uns an den athesischen Gewässern. Dann ziehen wir weiter zur Quelle. In Ordnung. Tun wir das. Schön. Damit haben wir die Instanz hier auch abgeschlossen. Hat etwas länger gedauert. Aber so ist das nun mal bei manchen Geschichtsstories. Hier ein Twist. Ein Break zu setzen wäre auch reichlich unnötig gewesen. So, was kriegen wir denn hier? Schulterschützer. Und ich habe sogar ein Skin noch nicht freigeschalten. Also nehmen wir uns doch gleich mal den vor. Ah, ist das nicht so spektakulär. Aber hey. Nehmen wir den mal mit. Ja, die alten Skins habe ich ja. Genau. Also kommst du mal zu mir. Und einen weiteren Skin freigeschaltet. Sehr schön. Können wir den auch gleich zerlegen. Denn an und für sich brauchen wir ihn ja nicht. Ah, Ektoplasma Batzen. Wunderbar. Ihr werdet alle eingelagert. Und die Beutelchen können wir auch gleich öffnen. Kriegen Ausrüstung und anderes Zeugs, was wir zerlegen können. Sehr schön. Auch hier wieder einlagern. Den Schrott verkaufe ich dann bei Gelegenheit. So, haben wir das auch gleich schön aufgeräumt. Und können jetzt die Instanz wieder verlassen. Ja, das werde ich noch kurz tun. Und dann kann ich euch auch schon verabschieden. Von dieser etwas längeren Folge. Ja, die es geworden ist. Ist nun mal so, dann werden wir wohl, ich denke doch, in der nächsten Folge gleich mal, ähm, die, die nächste Instanz angehen. Das müsste doch funktionieren. Ach, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie das genau vor sich geht. Liebe Leute, ich würde sagen, ich verabschiede euch aber an der Stelle. Es ist jetzt hier gerade ein bisschen gefährlich hier. Ich hoffe, ich werde hier nicht angegriffen. Aber gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wir sehen uns dann das nächste Mal.